so hallo liebe freunde ich möchte mal wieder ein kleines video mit euch hier teilen ich habe meine tauben gerade mal ausgelassen neben gerade ein an ein bad die lieben es jedem freien bei schönem wetter ein bad zu nehmen die genießen das regelrecht aber schaut mal her ich habe leider keinen größeren behälter da wollen sie alle auf einmal rein und das sieht dann immer interessant aus werden denn so viele tauben in seiner kleinen wanne sind hier ist auch eine die hat schon ist ein mädel hat schon gebadet und genießt die sonne schon und betreibt federpflege oder kostümpflege würde ich sagen bei einer lady sollte man von nicht von federn sprechen hat auch gerade erst babys bekommen sind ganz frisch sind drei vier tage alt war aber betreut die gerade papa betreut die gerade und sie hat erstmal auslauf oder ausflug oder freiflug meine tauben kriegen jeden tag zweimal freiflug acht liebe freunde und ja so oft wie es auch nur möglich ist kriegen natürlich bad und es macht mir unheimlich spaß mit ihnen in dieser konstellation umzugehen sie zu betreuen und sie zu beobachten so ist ein kleines video sein wieder nach einer langen pause ich hoffe es hat euch gefallen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten video wieder hier einschalten mal gucken ob ihr das annimmt macht das sogar erst auch das baden noch vergessen in der weil der hunger treibt eben halt ein ja genießt ja jetzt werden ja erst mal so ein bisschen die aussicht genießen hier mal federpflege betreiben und einfach mal den tag das schöne wetter und die sonne genießen denn ich hoffe dass ihr auch mal ein schönes wetter habt und auch mal den tag genießt in dem sinne bleibt gesund und bis zum nächsten mal tschüss